hallo und herzlich willkommen zurück beim red talks ja ich habe jetzt auch gesagt dass ich werde auch diese wagen wieder verbessern mit optik aber im moment ich habe so lust die wagen weiter zu fahren auf diese strecke dass ich möchte das auch machen okay wir gehen los das war die schweck rennen nicht unbedingt ich möchte sie fertig arbeiten aber immer auf was zu spät gelenke oder die wagen hat sich nicht okay noch einmal neue versuche ich mag nicht salome zu machen aber okay aber die anderen die haben richtig blume gegebt auf okay das war schon gut an dieser red hier aber dies zurück da kriege ich noch nicht mal Ich habe gerade eine gute Position im Endeffekt. Ah, der Mordere nervt. Warum? Was macht er? Okay, und ich sage ja was macht er und ich auch. Okay, wir starten wieder. Sorry, das dauert ein bisschen mit dieser Renn, aber ich muss das schaffen. Ah, das ist so schwer. Ah nein, das gibt es doch nicht, oder? Was war das wieder für eine Sache? Ah, ja, 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 ja. Okay, noch neue Versuche und danach, wenn das klappt nicht, dann ich mache ein anderes Rennen. Und die das macht hier am Schluss. So, jetzt, ich gebe Gas. Das ist wie absetzen die, die Jungs. Ich habe es ganz genau gesehen, dass ich möchte nach links gehen und ja. Okay, ich habe gesagt, dass ich mache noch keine Videorollung, aber ich mache trotzdem noch eins und dann ist das letzte Videorollung. Ich war fast wieder im Rot mit dem Motor, haben Sie gesehen? Ich war fast wieder im Rot mit dem Motor, haben Sie gesehen? Nein, das gibt es doch nicht. Okay, das war's mit dieser Rennen. Jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Oh, die ist so schwer. Okay, continue. Yeah, what time to explore? Entschuldigung, das war schon fünf Minuten Anstrengung für mich und für euch, aber jetzt machen wir etwas anderes. Was haben wir? Was haben wir? Wir haben eine Sprint-Iraher. So, im Defekt, wir haben ein paar Rennen noch zu machen. Wir haben einen Drag, einen Drifter, die Drifter mit den Wagen. Ich traue mich noch nicht so ganz. Aber wir können ein paar URL-Rennen machen, oder? Ah, hier ist auch ein Drag. Ah, ich versuche mal ein neuer Dreck zu machen, weil... Das ist unfassbar, dass wir kriegen das auch nicht. Aber diese Ehre, das ist zu Wahnsinn. Aber die Wagen, die... Die gehen richtig... Richtig ab, muss ich zugeben. Ich kann ein Rennen machen mit dem anderen, aber ich will nicht, weil... Ich kenne die alle, die gehen auf die Berge und dann... Kriegt man auch wieder die Probleme. So, nochmal. Da muss das Rennen stehen. Jawoll. Okay, vielleicht schaffen wir auch eine. Trotzdem. Hallo, hallo. Ah, die andere ist schon verrückt. Oh, das ist ein paar gute Schritte am Start. Skyline. Okay. Da kriegt man was ordentlich zu machen. Ah, super. Aber zu viel Verkehr. Das habe ich nicht erwartet am Anfang. Okay, wir starten neu. Diese Post steht nur um... Neuer Start, neue Start. Ne, ne, ne. Wir schaffen das jetzt. Wie schauen. Ah! Und, wo kannst duCT DER Whoan? Ich kenne das Feuer. Okay, nee. Okay, jetzt ist der Wasser raus. ich gebe Gas aber und ich sehe auch nicht die andere und da fliege ich raus das war super wie kann man sagen ich bin geflogen bis Miami bestimmt ok ich starte wieder hallo ich habe auch ich muss zugeben ich habe total nach rechts aber das hat nicht geklappt warum das ok irgendwie war das Verbot für mich so jetzt ich möchte die andere Wagen verfolgen das war aber ein kurzes Rennen aber wenn ich es schaffe das war ein Erich Sieben aber mal lieber der hat mich auch voll abgelaufen vor gesetzt ok jetzt habe ich verstanden ich muss total nach rechts gehen aber was macht er der Kollege aber ich wollte nicht nach links gehen was soll das Eieieieiei ok aaaaaaah ok Sie haben gesehen ich komme nicht nach rechts nach rechts für den dritten Versuch oder wie ok dann muss ich versuchen dem alle abzusetzen ok ok viel Spaß muss ich zugeben und dazu kriege ich den Verkehr ajo alles optimal ha diese 3 Gren das ist verrückt ab dieser Level die sind komplett schwer wo ich bin im leichten Modus und jetzt die Wagen hat sich auch wieder nicht abgedreht ha 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 ok Sie wissen was ich glaube das wird auch nichts helfen ich gehe zurück vielleicht ändert sich meine Position ich hoffe ich hoffe ich hoffe mal dass wir starten nach rechts nach links ah jetzt sieht gut aus nein das sieht nicht gut aus und jetzt was ist hier los und jetzt Eieieiei Eieiei 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 gleich wieder zurück. So, das Problem war irgendwie mit dem Spiel, aber der Lenkrad geht wieder, der Lenkrad geht wieder und wir starten wieder. Und wenn das klappt nicht, dann muss man für den Moment auf die Seite lassen. Die beiden sind sehr, sehr schwer. Hey, das bringt nichts. Ich glaube, da brauche ich die extreme Leistung und die haben wir sowieso noch nicht reingeschaltet. Aber okay. Entschuldigung. Wir lassen das für den Moment. Und wir gehen auf andere Rennestrecke. So, was gibt noch zu machen? Wir haben noch zwei Sprints. Okay. Und ich lock die Marmar einfach. So, die Marmar. Das wäre am besten, weil die Drag, da brauche ich viel Leistung und ich habe das noch nicht auf die Wagen. Aber trotzdem, die Wagen macht Spass. So, die... Die ist nicht so... Ah, ja, ja. Okay. Was ich wollte sagen. Ja, die ist nicht so wie die andere, die Supra, die immer Powerslide so richtig abgegangen ist. Aber trotzdem, die macht auch Spass. Oh, ein 350 Cent. Oh. Ja, sorry, Kumpel. Ich habe keine Zeit, so eine Renn zu machen. Lass mich im Ruhe. Ah, ich muss raus, oder wie? Ah, jo. Ich muss raus. Ja, Marmar. Marmar rückwärts. Jawoll. Bewegung, du Okay, jetzt wird es richtig angezogen So, wie ist das jetzt? Kann aus, okay Ich versuche nicht zu schnell zu fahren Ah, zu viel Verkehr, ne? Ah jo, der andere Kollege schiebt mich auch Aber egal Ich glaube, hier ist das nicht, die Renner Wo ist das? Wo ist das? Ah, Bewegung, du mit deinem Wagen Wo ist das? Ich sehe keine Renner Jetzt offenbar Wieder schiere her, oder? Ah, da rüber Ja, okay Ich hab's Okay, wir machen diesen Sprint Okay, oh Das geht auch von die Stadt aus Okay Ah, die sieht richtig aus Nice, nice, nice Ja, die schieben mich alle Ah Habt ihr das gesehen? Wieder Der Schiff mit die Jodi Ah Okay, keine Panik Ich krieg das wieder hin Oh, und wie gut Da wieder In wir holen Oh, 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 oh Okay Kein Panik Da ist mir die Endling auch Nicht so besser Manchmal als die Supra Muss ich zugeben Und da rutsche ich Voll Abgebremst Jawohl Aber trotzdem Das geht bei Ihnen Bewegung Du mit deiner Supra Ah, der will mich nerven Aber ein bisschen Nitro Okay Für den Moment Keine Panik Wir sind gut dabei Ah, jetzt wird Ey, was soll das hier? Hallo Der mit seinem Odi Er lasst mich Liebchen im Ruf Oh, und einer hat mich Überholt Was soll das hier? Und ihr habt Kürzung Jawohl Sehr gut gemacht Von mir Ein bisschen Nitro Weil ich sehe Dass die Die sind trotzdem Stark unterwegs Das war wieder knapp Aber trotzdem gewohnt Aber das war knapp Knappes Ding Aber Immerhin Haben wir gewohnt So Nach dem Rennen Und dann machen wir auch wieder Wieder Schluss Ich sehe mir gerade Wir haben noch ein Drift Event Mit den Sponsoren Okay Und dann einmal URL Rennen Ah, wir haben dann noch Wir haben auch nicht mehr So viel Rennen Für den Moment Wir haben noch So viel Drago Aber zwei Stück Die sind sehr schwer Haben sie auch gesehen Da werde ich sagen Wir gehen am Flughafen vorbei Da ist Was los Normalerweise So Erstmal rückwärts Ja, ja Kein Panik Und ich glaube Wir starten die Drake In die nächste Folge Ah, diese Folge nicht Ah, je, je Verlöfung mir Aber egal Ich weiß auch nicht Wo Ich bin Komplett In dem In dem Mapper In die Mappe Ah, wir sind schon weit weg Von die Flughafen Okay Wo sollt ihr das hin Ah Ich muss zurück Okay Irgendwie Ich muss Abkürzung nehmen Oder wie Okay Du mit Anwend Hop Lass mich los Ah Und hier Muss ich Okay Irgendwie Muss man Vielleicht An unsere Autobahn nehmen Oder Keine Ahnung Oh Ich hab's Irgendwie gesehen Aber zu spät Ah Bewegung Du So Und jetzt Richtung Flughafen Geradeaus Okay Ah Das war Ranab Kurz Um Sehr gut Ich hab gedacht Das Es wird mehr Ja Wir fahren Kürzner mal Auf die Flughafe Nicht auf die Ist mir egal Dass die Navi Blinkt Einmal so rum Einmal so rum Nein, nein, nein Wir nehmen Die richtige Wege Richtige Wege So Haben wir Im Rennen Ah Hier Okay In der Erste Folge Wir machen Weiter Okay Und ich werde Die Waage Noch ein bisschen Anpassen Mit Unsere Folie Und alles Okay Ich wünsche euch Weiterhin Viel Spaß Mit mir Weiterhin Und Wir sehen uns In der Erste Folge Wieder Mit mir Mit Red Dogs Und Tschau Viel Spaß Weiterhin Tschau Tschau